Warum bist du hier dieses Jahr auf der Automechaniker? Ja, also klar, wir haben einen guten Kontakt zu der Firma Carbon, zum Sigi Müller. So ist es eigentlich entstanden. Ja, der Sigi, der hilft uns bei den Rennautors, bei den Karosseriearbeiten. Wir machen ja Muttersport, da geht natürlich auch viel kaputt. Und da hilft der Sigi uns immer, die Autos wieder in guten Zustand zu kriegen. Ja, ich habe auch eine abgeschlossene Kfz-Lehre. Und deswegen interessiere ich mich natürlich auch für alles, was hier ausgestellt wird. Ah, also das heißt, du hast dich auch auf jeden Fall schon umgeschaut und hast auch schon das eine oder andere entdecken können, wo du sagst, ach, das nehme ich auf jeden Fall mit nach Hause, da kann man mit arbeiten. Ja, ich gucke natürlich, ich habe noch nicht geschafft, durch alle Hallen durchzulaufen. Ein paar habe ich schon durchgeguckt. Ja, ich interessiere mich natürlich am meisten immer alles, was im Motorsport mir helfen kann und was unser Team voranbringen könnte. Da wollte ich nämlich sagen, warum kam es denn überhaupt zu dem Bezug zum Motorsport? Ich glaube, deine Familie steckt da ja auch schon ein bisschen mit drin. Ja, mein Vater hat 1999 aus einer Schnapsidee heraus gedacht, dass er 24-Stunden-Rennen fahren will mit ein paar Kollegen. Genau, und wenn man einmal mit Motorsport angefangen hat, dann wird man es einfach nicht mehr los. Und genau, das wurde dann immer größer und größer über die Jahre. Mein Bruder hat angefangen Kart zu fahren. Das wollte ich dann auch unbedingt. Habe ich da auch gemacht. Sehr erfolgreich, viele, viele Jahre Kart gefahren, auch auf hohem Niveau, international, Weltmeisterschaften. Dann mit 15, 16 Jahren den Schritt ins Auto. Auto gewagt, GT4. Genau, auch da gut behauptet. Hochgearbeitet bis ins GT3-Auto. Und ja, und jetzt seit diesem Jahr fahren wir in der DTM mit McLaren zusammen. Also ich finde es total cool und total spannend, weil man muss es sagen, ich meine, manche Menschen haben hier vielleicht gar nicht den Bezug zum Motorsport, wie früh ihr schon im Kart sitzt. Es gibt ja teilweise Leute, die fangen da irgendwie schon mit 7, 8, 9 Jahren an. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen, Kart zu fahren? Ich glaube, mit 6, 7 Jahren saß ich das erste Mal drin. Wie schnell können denn diese Fahrzeuge allein schon fahren, diese Karts? Ja, mit 6, 7 Jahren fahren die so um die 90, 100, keine Ahnung. Du bist einfach 6, kannst gerade so leuchten, gerade so rum, gehst in die Schule und bretterst dann schon mit 90 über gewisse Rennstrecken. Also das ist schon, aber das war wirklich auch dein Herzenswunsch. Also das war nicht so, meine Familie bringt mich da in die Fußstapfen, sondern du hast dann auch Feuer gefangen und wolltest da raus. Ja, also unsere Eltern haben uns immer alles offen gelassen, was wir machen wollen. Wie schon gesagt, mein Bruder hat angefangen mit Kart zu fahren. In der allerersten Runde war es eigentlich gar nichts für mich, aber dann irgendwann hat es mich doch auch gepackt und ja, seitdem geht es einfach nicht mehr ohne. Dann ist die Frage, was machst du denn noch nebenbei? Also wenn du nicht an der Rennstrecke unterwegs bist und auf dein Handwerk kommen wir jetzt gleich noch, was machst du denn hobbymäßig sonst noch, um dich fit zu halten? Oder warum bist du kein Fußballer geworden, wie es so viele junge Jungs ja auch werden wollen? Ja, also wie schon gesagt, ich habe ja meine Kfz-Lehre abgeschlossen. Deswegen am Rennwochenende bin ich 100% Rennfahrer. Unter der Woche helfe ich dann an unseren Rennautos mit, mit dem Scharnigang, die Vor- und Nachbearbeitung, dass die Autos wieder fit sind fürs nächste Rennen. Genau, das ist mein Job dann unter der Woche. Natürlich viel Fitnessstudio, fit bleiben. Ja, DTM ist dann schon echt eine harte Nummer. Eine Stunde in dem Auto gegen die Besten der Welt. Bei sehr heißen Temperaturen in dem Auto, da muss man auch körperlich echt fit sein. Bis zu 50 Grad, ne? Dann teilweise noch mit dem Overall vielleicht sogar bis zu 60. Das ist schon auf jeden Fall eine heftige Leistung, was du da bringst. Und ja, wie du es so schön sagst, mit den Besten der Welt dann da unterwegs zu sein. Du bist einer davon, sonst dürftest du da ja nicht mitfahren. Aber das glaube ich dir, dass man sich da fit halten muss. Viele der Rennfahrer spielen ja Golf. Ich sage ja, total langweilig. Bist du auch schon so weit? Oder sagst du mit deinen 19 Jahren noch, ach, da halte ich mich gerne noch ein bisschen zurück? So ein richtiger Golfer bin ich noch nicht. In der Nähe Köln gibt es Topgolf, wo man nur Abschläge macht. Das mache ich ab und zu. Das macht mir schon Spaß. Aber gut bin ich nicht. Muss auch überhaupt gar nicht sein. Dafür sind wir einfach noch zu jung. Dann nochmal die Überleitung zum Handwerk. Ich meine, viele der Rennfahrer sitzen natürlich in den Autos und ein gewisses Know-how musst du schon mitbringen. Aber so die richtige Ahnung haben sie nicht. Was bringt dir das denn für Vorteile, dass du eben auch genau viel von deinem Handwerk verstehst und auch eigentlich weißt, was um dich rum alles ist, wo du drin sitzt? Ja, also ich würde sagen, es ist ein Riesenvorteil, wenn man einfach das Verständnis hat, wie ein Auto funktioniert und was noch unter der Haube ist. Als Fahrer, man muss den Ingenieuren ja auch immer Feedback geben, was das Auto macht oder was das Auto machen müsste, um schneller zu sein. Und ich denke, da ist es einfach ein Riesenvorteil zu wissen, wie so ein Auto aufgebaut ist und wie es funktioniert. Und durch die Zusammenarbeit mit Carbon hast du auch das Gefühl, seid ihr definitiv nochmal schneller unterwegs und habt da immer schon mal einen kleinen Vorteil, weil wenn man Siggi mit in der Tasche hat, da hat man eigentlich schon alles geschafft, wie ich das so mitbekommen habe. Genau, ja, Motorsport, DTM ist ein sehr, sehr stärker Kontaktsport. Da geht leider viel kaputt, aber Gott sei Dank haben wir ja den Siggi bei uns, der uns da immer sehr stark unterstützt, was Lackierarbeiten angeht oder Karosseriearbeiten. Ist natürlich eine mega Hilfe. Wir haben nicht so viel Zeit zwischen den Rennwochenenden, deswegen umso besser, dass es mit ihm immer so kurzfristig klappt. Und dann sag mir doch mal ganz ehrlich erst nochmal Gratulation zum Abschluss deiner Ausbildung, des Mechanikers. Sag mir aber, was macht ganz ehrlich mehr Spaß? Oder kannst du es gar nicht sagen, sitzt du lieber im Auto oder schraubst du lieber dran rum? Ich würde sagen, eine Mischung aus beiden. Also ganz klar, ich brenne seit kleinem Kind fürs Fahren, aber unter der Woche auch an dem Auto selber mitzuhelfen, ist eine echt coole Abwechslung und beides zusammen macht mir einfach mega viel Spaß. Beides zusammen. Also wirst du vielleicht der, der große Rennfahrer, der auch nebenbei noch selbst mitschrauben kann. Wenn also auf der Strecke mal was passiert, kannst du eigentlich selbst rausspringen und schraubst dich einfach unter das Auto und machst dann wieder ganz, was zu reparieren ist. So ähnlich, ja. So ähnlich. Dann sag mir doch gerne mal, was kann man denn anderen jungen Menschen noch mitgeben? Warum ist es genau richtig, was du gemacht hast und warum sollten das viele andere auch so machen? Ja, also ich habe ja einen Handwerksberuf gelernt, bin sehr, sehr zufrieden damit. Also ich kann es nur jeder jungen Person weitergeben, ich bin sehr happy damit. Ich glaube, der Handwerk ist definitiv ein goldener Boden in der Zukunft, bin ich sehr fest von überzeugt und ja, es hilft einfach ungemein. Das Verständnis im Handwerk und vor allem die Berufserfahrung, die man in dem jungen Alter schon sammelt, die Türen stehen ja danach weiterhin offen, egal was man machen möchte. Ich finde, es hilft einfach nur extrem, um erstmal in die Arbeitswelt reinzukommen. Aber dein Ziel ist es ganz klar für die Zukunft, auf jeden Fall dein Handwerk weiter auszuführen, darin noch besser zu werden und letztendlich aber auch im Auto weiterhin Fuß zu fassen und vielleicht irgendwann DTM erster zu werden. So ist der Plan, ja. So ist der Plan. Also du bleibst der Family erhalten, ihr gebt Vollgas gemeinsam, zieht alle an einem Strang, mit Sigi natürlich auch von Carbon und ihr habt hier auch noch ein paar tolle Fahrzeuge dabei, habe ich gehört. Also man kann auf jeden Fall auch noch bei euch an den Ständen vorbeikommen und kann noch das ein oder andere Auto und Carbon begutachten, ja? Genau, ja. Bei den Carbon-Ständen vom Sigi ist natürlich sein ganzes Portfolio ausgestellt, hat auch ein paar schöne Autos von uns, die er bei uns gekauft hat. Ja, wunderschöne Autos, viele McLaren zu sehen, also ist auf jeden Fall sehenswert, bei ihm mal vorbeizuschauen. Ben, ich kann dir nur sagen, du bist ein sehr, sehr, sehr sympathischer, auf den Boden gebliebener Mensch. Also ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Karriere, mach genauso weiter. Wir haben hier auch noch natürlich ein paar Autogrammkarten dabei, davon will ich auf jeden Fall eine. Und, wow, wir haben VIP-Tickets, es lohnt sich auf jeden Fall hier vorne mal zuzugreifen. Ich schnapp mir jetzt eins, die sind aus Carbon, die hat Sigi extra so fertigen lassen und das ist tatsächlich dieses wunderbare, ist es ein Leichtmetall oder was ist Carbon eigentlich? Das ist doch nochmal eine gute Frage für den einen oder anderen, der es gar nicht weiß. Es ist auf jeden Fall leicht. Oh Gott, du hast kein eigenes Mikro, Entschuldigung. Ja, nee, Carbon wird natürlich im Motorsport auch viel benutzt. Es ist eine Mischung aus Carbon-Faser mit Epoxidharz zusammen. Ja, hat den Vorteil, ist extrem leicht und natürlich auch extrem stabil, was auch im Motorsport sehr praktisch ist. Absolut sehr praktisch, weil wenn da mal die ein oder andere Tür abfliegt und man hat die einfach, also die kann ich ja mit zwei Fingern, kann ich die tragen, aber trotzdem ist man da drin geschützt. Also es ist verrückt. Wenn man mehr zum Motorsport erfahren möchte, kommt man auf jeden Fall bei Ben Dörf dabei und auch bei Sigi von Carbon. Holt euch hier, wie gesagt, gerne, gerne eure VIP-Tickets ab und auch noch die ein oder andere Autogrammkarte, weil wir müssen junge Talente fördern. Und jetzt nochmal ein mega Applaus für meinen lieben Herr Dörr. Applaus, 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 Lass mich mal drücken. Haben wir gut gemacht, der ein oder andere kommt bestimmt noch, ansonsten verteilen wir es einfach unter den Leuten.